In diesem Video zeige ich dir drei Top-Unternehmen, die super profitabel sind, tolle Umsätze, tolle Gewinnentwicklungen haben und die noch keiner kennt. Nochmal kurz auf dieses Wort keiner kennt eingegangen. Das bedeutet, in diesem Video haben wir uns Mühe gegeben, dir keine Unternehmen zu zeigen, die 99% aller Investoren kennen, wie zum Beispiel Facebook, Apple, Amazon und so weiter. Sondern wir haben versucht, Unternehmen aus der zweiten, dritten und vierten Reihe zu wählen, die aber dennoch super profitabel sind und gute Entwicklungen oder Chancen auf gute Entwicklungen haben und die wirklich mega, mega spannend sind. Aber oftmals ist es ja auch so, dass die kleinen Unternehmen die großen outperformen. Denk nur mal dran, Facebook und Amazon waren auch mal klein. Heute sind sie Multi, Multi, Milliarden oder Billionen Unternehmen. Deswegen, let's go, ich zeige dir die Top-3-Unternehmen. Und nehme dich dazu mit auf den Bildschirm. Das erste Unternehmen, das ich dir zeigen möchte, ist das Unternehmen Ascent Group. Ich hoffe, ich habe es richtig auch ausgesprochen. Das ist ein Spezialversicherungsunternehmen aus den USA mit Basis auf den Bermudas. Und ist hier insbesondere für die Versicherungen im Finanzbereich tätig. Also das heißt, sie versichern Ausfälle, sie versichern die Nichtzahlungsfähigkeit von Schuldnern in dem Bereich Krediten, also Wohnungsbau und so weiter. Also vor allem im Finanzdienstleistungsbereich. Und in den USA zeichnet sich momentan mehr oder weniger ein Bauboom ab. Ich möchte dir hier kurz das Unternehmen als Ganzes zeigen. Das Ganze war hier also vor Corona, da war der Kurs bei 55 Dollar. Ist dann eingebrochen auf 19 Dollar, also mehr als halbiert. Von da aus aber die Reise angetreten. Das Unternehmen hat heute eine Marktkapitalisierung von rund 5 Milliarden US-Dollar. Und eine Dividendenrendite von 1,5%. Und was ich eben hier an diesem Punkt gerade so spannend finde, unsere Daten haben ein Verkaufssignal bei rund 50 Dollar ausgebildet, das jetzt abgearbeitet wurde. Und wir haben jetzt ganz klar ein Kaufsignal. Das heißt, wir können tendenziell in den nächsten Tagen und Wochen davon ausgehen, dass die Aktie von ihren 45 US-Dollar tendenziell steigen wird. Also eher seitwärts bis hin zu steigend agieren wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier nochmal auf die 55 US-Dollar gehen, was immerhin 10 US-Dollar sind. Und dann also 20% Zuwachs sind in der Aktie. Deswegen auf jeden Fall dieses Unternehmen mal auf die Watchlist setzen. Bitte auch nicht blind nachkaufen, sondern eher dann auch mal mit uns ein kostenloses Strategiegespräch vereinbaren, wo wir dir genau zeigen, wie wir auf diese Daten kommen. Wie wir genau sehen können, wann große Investoren in den Markt einsteigen, wann sie aber auch wieder aussteigen. Und wenn du wissen möchtest, wie das funktioniert, dann lass uns miteinander telefonieren. Das nächste gilt übrigens auch für das Unternehmen FactSet. Ein Unternehmen aus den USA und das ist ein Datenanalyst, der auch viel im Finanzbereich verwendet wird, der hier viele Daten überspielt an institutionelle Anleger, die hier Portfolioanalysen machen, die dir Daten übermitteln, um dann eben genau erkennen lassen, wann ein Unternehmen günstig ist, wann es auch wieder teuer ist. Und das Spannende ist, ein Konkurrent von denen ist dieses Unternehmen Bloomberg. Das kennen wahrscheinlich jetzt schon wieder mehrere Leute auf dem Kanal. Und ein Bloomberg Terminal kostet in Summe 24.000 US-Dollar. Die haben da 325.000 dieser Terminals weltweit stehen und einen Marktanteil von 33%. FactSet, den ihr Produkt kostet 12.000 Dollar im Jahr und haben gerade mal 89.000 Zugänge verkauft mit einem Marktanteil von 4,2%. Also da könnte eine Verzehnfachung des Marktanteils sein, denn FactSet ist einer der Ersten, die künstliche Intelligenz gewählt haben, um Daten zu analysieren. Das ist also nicht einzigartig, aber in dem Bereich schon wirklich state of the art. Und der Corona-Abriss erfolgte auf 200 US-Dollar runter und ging dann wieder auf 360 Dollar hoch. Das ist sehr, sehr spannend. Was aber noch viel interessanter ist, wir hatten hier ein Kaufsignal in der Aktie, das von 325 Dollar auf 357 immer noch intakt ist. Also da jetzt eben aktuell nicht groß einsteigen, sondern abwarten, bis wir hier dann wieder, ich kann mir gut vorstellen, dass wir an diesem Punkt 360 irgendwo vielleicht nochmal nach unten abprallen. Sollte es aber so sein, dass wir diesen Punkt hier durchbrechen, dann ist die Reise wirklich nach oben hin offen. Dann sehen wir auf jeden Fall die 400 US-Dollar. Und deswegen setzt euch das bitte zumindest auf die Watchlist und schaut mal, wenn das hier über die 360 geht und dann auf Wochenschluss sogar vielleicht auf die 370 kommt, dann kann man da einsteigen. Also bitte einfach mal auf die Watchlist setzen und anschauen. Und dasselbe gilt nämlich auch für das Unternehmen Cable One. Das ist ein Unternehmen, das Kabelfernseher- und Telefonangebote macht in den USA und hat hier bereits 644.000 Häuser miteinander verbunden, hat vor allen Dingen in den Jahren 2018 und 2019 viele Firmen dazu gekauft und sind im Süden der USA, Texas und so weiter sehr, sehr stark vertreten. Und Leute, das ist doch ganz klar, Daten ist das jetzige flüssige Gold der Zeit. Und Cable One ist derjenige, der die Daten von A nach B transferiert, nicht nur in dein Zuhause, sondern auch in die Unternehmen. Deswegen sehr, sehr interessant, haben hier auch einige strategische Transaktionen noch gemacht. Hier in dem Wireless-Bereich, also wie kannst du schnurlos Daten übertragen, also schnurlos, kabellos. Und ja, deswegen Cable One genauso auch. Ein Kandidat zumindest für die Watchlist, hat eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden. Und was ich hier interessant finde, die Aktie stand jetzt schon mal bei 2300 US-Dollar in der Spitze und ist jetzt eben abverkauft worden, übrigens unser Verkaufssignal hat bei 2100 Dollar ausgelöst, ist abverkauft worden auf 1900 US-Dollar. Darf ich ein bisschen runden, Leute? Hat seither ein Kaufssignal, jetzt aber wieder ein Verkaufssignal. Also tendenziell jetzt aktuell auch noch nicht reingehen in die Aktie. Kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal runter konsolidieren werden auf diese 1844 US-Dollar. Das ist das, was ich hier eigentlich kurzfristig noch erwarte. Du siehst also, wenn wir von Verkaufssignalen ausgehen, heißt das nicht immer unbedingt, dass hier die Aktie völlig in den Boden gezementiert werden muss. Nein, das heißt es eben nicht, sondern vielmehr heißt es, dass auch das auch nur seitwärts gehen kann. Und deswegen, Leute, zumindest auf die Watchlist legen. Und wer wissen möchte, wann dann eben auch diese Kaufsignale kommen, bitte mit uns dann telefonieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinen Investments. Bis zum nächsten Video. Ciao.